Hallo zusammen, mich hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Ezra. unterwegs und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen und zwar schauen wir mal wieder in ein paar Paragon-Küsten rein und ich hoffe doch, dass ich mal ein Toy rausbekommen werde. Im Implementar haben wir jetzt vier Kisten, eine fünfte werden wir uns jetzt hier gleich holen, wenn ich die, ja, einzigartige hier im Implementar geöffnet habe von der siebten Legion, da würden wir sagen, fangen wir da mal an. Und da haben wir jetzt Gold, Dienstmedaillen und Ordensressourcen. Haube mir jetzt nicht vom Hocker, wobei hier bei der siebten Legion habe ich das Toy ja schon, von dem her ist das jetzt nicht so wild. So, jetzt haben wir unser Pech rausgehauen, jetzt schauen wir mal, was der Glutorden sagt. Okay, Gold, Ordensressourcen oder Kriegsressourcen sind sie ja jetzt. Leider wieder nichts, bracht mir Admiralität, brauche ich unbedingt das Toy und... Ich kriege schon wieder das Pet, ich hasse dich. Also das Pet habe ich jetzt schon x-mal bekommen, ja gut. Und ich wette, dass es immer noch nicht mehr wert ist. Sollen wir mal reinschauen? Moment, Pet. Das letzte Mal waren es, glaube ich, irgendwie noch ein paar hundert Gold wert. Vielleicht ist es ja mittlerweile ein bisschen gestiegen. Ich bezweifle das zwar, aber... Da seht ihr, 499 Gold. So, okay, aber wir haben noch eine Tortolana... Ne, Tortolana ist es nicht Sturmwacht. Ich habe einfach kein Glück, ne? Ich habe einfach kein Glück, aber es bringt relativ viel Azerid-Power, weil man ja auch jedes Mal 2500 Azerid-Power kriegt. Sprich, mit 5 Kisten bist du bei 12.500. Und ja, da bin ich jetzt wieder auch mit dem Alijar ein Level aufgestiegen. Kann jetzt hier irgendwas Nettes skillen. Zumindest das, wenn es schon kein Loot gibt. Und als Trostpflaster habe ich ein Pet, was 500 Gold wert ist. Yay! Naja. Tja, also, wieder nix. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon ein bisschen weiter seid mit den Toys. Bei mir ist es leider noch ein bisschen enttäuschend. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Ciao. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal.